Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum GetBetterCast. Ich hoffe es geht euch allen gut, ich hoffe ihr seid fresh in diesen Donnerstag gestartet oder in jeden anderen Tag auch, wenn ihr euch das nicht am Donnerstag anhört. Ich bin zurück mit einer weiteren Episode, fresh aus der UK mit entsprechendem Shirt, wenn ihr euch das anschaut. Ich war bei den PCA First Timers mit vier KundInnen, beziehungsweise mit vier Leuten die gestartet sind, aber es waren noch ein paar mehr KundInnen da. Was mich sehr gefreut hat, war ein mega geiler Trip und ja das war so, das war ein weiterer Ausflug, der mir wieder mal bewusst gemacht hat, dass ich auf das was ich schon erreicht habe auch stolz sein darf. Ja, weil das ist etwas wie in der letzten Episode erwähnt, wo ich mich sehr, sehr schwer damit tue. Diese konstanten Selbstzweifel, die sind immer präsent, die waren zum Beispiel auch auf diesem Wettkampfwochenende präsent. Ja, immer diese Stimme im Kopf, die man hört. Aber ich möchte heute ein bisschen an dieses Thema anknüpfen. Ja, ich möchte heute ein bisschen an dieses Thema anknüpfen, weil es geht ums Thema Confidence, es geht ums Thema Selbstvertrauen. Ja, es geht darum, wie man diese Confidence, dieses Vertrauen in sich selbst verbessert, wie man es aufbaut, weil ihr habt da schon in ein, zwei Episoden drüber geredet. Ich war an einem Punkt, wo mir sehr, sehr viel Confidence gefehlt hat und ich bin jetzt auch immer wieder mal an Punkten, wo ich vielleicht gerne noch konfidenter sein würde. Und es ist am Ende des Tages ein Prozess, wie mit allen anderen Dingen auch so. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versteht, wie Confidence entsteht, dass man versteht, wie man selbstbewusster wird, wie man mehr Selbstvertrauen gewinnt. Und um das soll es in dieser Episode ein bisschen gehen. Ja, um das soll es in dieser Episode ein bisschen gehen. Und ich habe in einer Podcast-Episode, die ich vor ein paar Wochen gehört habe, dahingehend einen sehr, sehr coolen Takeaway mitnehmen können. Beziehungsweise etwas, was ich mir immer wieder bewusst gemacht habe, was mir aber durch das Anhören dieses Podcasts nochmal bewusster wurde. Und zwar Confidence oder der Single-Faktor, der zu Confidence führt, ist Machen. Es gibt nichts, was zu mehr Confidence führt, wie Action. Weil am Ende des Tages können wir noch so viel in unserem Kopf erwarten oder uns ausdenken oder uns vorstellen. Das, was uns dazu führt, dass wir mehr Vertrauen in uns selbst haben, dass wir selbstbewusster auftreten, ist Action. Weil Action ist das Einzige, was uns weiterführt. Action ist das Einzige, was in unserer Kontrolle ist, was wir aus Situation XY machen. Und wenn man das mal versteht, dann sieht man diesen Build-Up von Confidence ganz anders. Weil, ich glaube, sehr viele Leute warten darauf, dass sie konfidenter werden und wollen konfidenter werden und sagen, ah, ich wäre gerne so selbstbewusst wie du, ich hätte gerne so viel Selbstvertrauen wie du. Das Ding, das die Leute vergessen ist, dass Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein nichts ist, was einfach so kommt. Dafür muss man arbeiten. Dafür muss man in sich selbst investieren. Und um in sich selbst zu investieren, beziehungsweise die einzige Tatsache, die man machen kann, ist zu machen. Und ich glaube, am einfachsten funktioniert das Ganze, wenn man sich ganz kleine Versprechen macht. Und zwar jeden einzelnen Tag. Und da anfängt. Und darauf aufbaut. Weil das größte Problem, das die Leute haben, was ihnen dann noch mehr Confidence raubt und ihnen nicht mehr Confidence gibt, ist, dass sie so hohe Erwartungen von Anfang an von einem nicht-confidenten Menschen, also sich selbst, von einem nicht-confidenten Menschen etwas erwarten, das erstmal aufgebaut werden muss. Das heißt, du willst dein Business aufbauen, hast aber super viel Mühe damit, diese Vision zu sehen, dieses Vertrauen in dich selbst zu haben, dass du es schaffen kannst. Und aimst direkt für den Biggest Outcome. Du sagst dir, damit ich Confidence habe, damit ich mehr in mich selbst vertraue, muss ich XY bis dann und dann erreichen. So wird keine Confidence entstehen. Weil wenn du es nicht erreichst, dann raubst du dir noch mehr Confidence. Weil du failst und merkst, es hat nicht funktioniert. Und dann erst recht sagst, okay, das hat eh überhaupt keinen Wert. Ich bin ja noch nutzloser, als ich es gedacht habe. So, da sind wir wieder beim Thema Selbstzweifel. Wenn du aber hingehst und bei ganz, 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 ganz kleinen Dingen anfängst, und das ist wirklich, wirklich klein, ja, ein gutes Beispiel ist, den Snooze-Button nicht zu drücken. Jeden Tag nicht. Einfach aufzustehen, wenn der Wecker klingelt und nicht weiter zu schlafen. Wenn du dieses Versprechen in dich selbst immer und immer und immer wieder hältst, dann wirst du Confidence aufbauen. Weil du merkst, du kannst es. Du beweist dir selbst, dass du das schaffst. Und auf dem baust du auf. Das nächste kleine Versprechen, das du dir beispielsweise machst, ist, dass du, egal was kommt, zweimal die Woche ins Gym gehst. Oder, sagen wir mal, dich dreimal sportlich betätigst. Vielleicht geht es irgendwie, geht es sich irgendwie nicht aus, dass du ins Gym gehst, aber du kontrollierst, was du kannst und gehst vielleicht noch eine Runde laufen, ja. Ist jetzt einfach mal so ein plakatives Beispiel, ja. Das muss jetzt nichts mit deiner Zielsetzung jetzt selbst zu tun haben oder mit deiner Situation jetzt selbst. Aber es sind ganz, ganz kleine Dinge, auf denen man aufbaut. Und wenn ich dieses Mindset früher gehabt hätte, dann hätte ich, glaube ich, dahingehend nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf meinen Prozess gehabt. Weil in diesem Prozess des Confidentwerdens fühlt man sich nicht wirklich confident. Vor allem am Anfang nicht. Und wenn ich jetzt so zurückdenke und mir überlege, okay, was hat bei mir zu diesem Vertrauen in mich selbst geführt? Wenn ich so zurückdenke, was hat mich weitergebracht dahingehend? Dann ist es Action. Also diesen Reminder bekommen zu haben und diesen Input von außen bekommen zu haben, hat mich überlegen lassen, was mir Confidence gibt, warum ich heute confidenter bin. Und das ist, weil ich mir selbst immer wieder bewiesen habe, dass ich es kann. Dass ich mir selbst immer wieder diese kleinen Versprechen erfüllt habe. Ich hoffe sehr, ihr enjoyed den Podcast bisher. Ich möchte diese kurze Unterbrechung nutzen, um Werbung in eigener Sache zu machen und euch auf unseren Online-Coaching-Service aufmerksam zu machen. Das Team Get Better bietet euch eine umfassende Betreuung in Bereichen Training, Ernährung, Mindset. Und wir stellen sicher, dass ihr euer vollständiges Potenzial entfaltet und besser werdet, als ihr es euch jemals hättet vorstellen können, to be honest. Konstanter Support und konstante Kommunikation, stetige Analyse und Adaption von jeglichen Variablen. Der ganze Service basiert darauf, dich bestmöglich weiterzubringen und dein Ziel näherzubringen und dich so individuell wie möglich zu betreuen. Ob Lifestyle-Improvements oder Wettkampfambitionen, wir bringen dich voran. Ja, no matter the goal, melde dich jetzt über den Link in den Shownotes und werde Teil von Get Better. Vielen lieben Dank und weiterhin viel Spaß beim Podcast. That's it. Ich habe einfach nicht aufgehört. Ich habe ja nicht von Anfang an was super gut gemacht, sondern ich habe einfach nicht aufgehört, an meine Vision zu glauben und darin besser zu werden und entsprechend Action zu treten. Sorry. Ich habe einfach nicht aufgehört, immer und immer wieder in mich zu investieren, in den kleinsten möglichen Dingen. Und darum geht es. Es geht nicht um diese stupiden Erfolge, die man sich vielleicht vorstellt in kürzester Zeit. Es geht nicht darum, der Beste der Besten zu sein innerhalb von drei Monaten. Es geht darum, jeden Tag ein Stückchen besser zu sein. Dafür steht Get Better. Jeden Tag ein Miniprozent besser zu sein. Jeden Tag diese kleinen Versprechen an sich selbst einzuhalten. Und ich weiß nicht, ob ich da in der Habit-Episode schon drüber geredet habe, aber ich fand das eine richtig geile Aussage. Weil jetzt nehmen wir zum Beispiel diese Versprechen her. Du versprichst dir, dass du an keinem Tag diesen Snooze-Badden triffst. Dann kann man da eigentlich zwei verschiedene Dinge reinholen, über die ich schon in zwei anderen Episoden geredet habe. Das ist einerseits, mach dein Future-Self stolz. Und das andere ist, der Habit entsteht durch Repetition. Und etwas, was James Clear gesagt hat, der Tom McHabbit geschrieben hat, der hat gesagt, und ich glaube, ihr habt das schon in der anderen Episode erwähnt, aber ich erwähne es jetzt nochmal. Der hat gesagt, einen Tag den Habit nicht einzuhalten, ist ein Fehler. Und Fehler macht jeder. Einen zweiten Tag den Habit nicht einzuhalten, ist the beginning of a new habit. Und wenn man sich das auch immer wieder bewusst macht, dass wenn man sich diese kleinen Versprechen mal an einem Tag nicht erfüllen hat können, dass man es einfach am nächsten Tag wieder macht. Und ich glaube, je kleiner man da anfängt und je mehr man sich bewusst macht, dass man diese Dinge schaffen kann, wenn man sich dafür anstrengt, das wird sich nicht jeden Tag gut anfühlen. Logischerweise fühlt es sich nicht jeden Tag gut an, einfach aufzustehen, wenn der Wecker klingelt, obwohl man eigentlich auf Snooze drücken will. Aber genau das dann zu tun, was man eigentlich nicht will, dass einen dann langfristig zu mehr führt, zu dem führt, wo man hin will, zu dieser confidenten Person, die man sein will, führt, das ist das, was einen dann confidenter macht. Dieser Prozess, der einen da hinführt, ist das, was Confidence ausmacht. Nicht diese Person zu sein, sondern diese Person zu erschaffen. Darum geht es am Ende des Tages. Und wenn ich so zurückblicke, wie gesagt, habe ich nie Selbstvertrauen gewonnen, indem ich auf irgendwas gewartet habe. Ich habe nie Selbstvertrauen bekommen, indem ich gesagt habe, ich warte jetzt, bis ich, keine Ahnung, ein gewisses Maß an Geld verdiene oder gewisse Numbers of Clients habe oder gewisse Followerschaft auf Instagram habe. Allein auf das zu warten, selbst wenn es eintreten würde, der Fakt an sich gibt mir nicht Confidence. Da kann ich 20.000 Follower haben. Wenn ich die einfach habe, wenn ich nicht mir den Arsch aufgerissen habe und mir jeden Tag wieder aufs Neue kleine Versprechen erfüllt habe, dann wird mir diese Followerzahl keine Confidence bringen. Vor allem, wenn ich dann so viele Follower habe, nicht confident bin in dem, was ich mache, weil ich eben den ganzen Prozess nicht durchlebt habe und dann noch Hate bekomme von diesen vielen Followern, warum auch immer, dann bin ich erst recht nicht confident. Dann bin ich weniger confident als davor. Auch mit Hate umzugehen oder mit, ich sage jetzt mal, fehlendem Support oder Schlechtreden oder allgemein Reden überein von anderen Menschen so beziehungsweise Kommentare abzubekommen von anderen Menschen. mir ist es nur egal, weil ich mir immer wieder selbst bewiesen habe, dass ich zu dem stehe, was ich mache. So. Und dass ich mir immer wieder selbst bewiesen habe, dass ich die einzige Person bin, die für mich arbeiten kann. Und dass ich die einzige Person bin, die schlussendlich zählt, wenn das Sinn macht. Wenn Person XY mich kritisiert für das, was ich mache, lasse ich sehr, sehr, sehr gerne mit mir diskutieren. Ich rede sehr gerne. Aber ich lasse mir nicht confidence von jemandem rauben, der mich dafür verurteilt, weil ich mache, was ich mache. Und das habe ich mir so aufgebaut, weil ich eben mache, was ich mache, weil ich das machen will. Und weil ich mir immer und immer wieder bewiesen habe, dass ich genau durch dieses Machen von Dingen besser darin werde. und durch dieses Besserwerden immer und immer mehr Vertrauen in mich selbst gewinne. Weil wenn du mit was anfängst, als ich mit meinem Podcast angefangen habe, war ich nicht wirklich confident, das zu machen, sondern ich habe diesen Sprung ins kalte Wasser gemacht. Aber mit jeder Episode, mit jedem Feedback, mit jedem Zuhörer, mit Zeit ist das alles immer wie mehr geworden. Und mittlerweile bin ich super confident darin, Podcasts zu machen. weil ich jeden Tag oder jedes Mal, als ich Podcast aufgenommen habe, mir immer wieder dieses kleine oder diese kleinen Versprechen erfüllt habe. Ich habe einfach weitergemacht. Ihr habt mir zum Beispiel vorgenommen, ihr will einen geilen Podcast haben und will den langfristig durchziehen. Da kann ich noch so lange in die Zukunft schauen und hoffen, dass was passiert, sondern alles, was ich machen kann, ist Podcasts zu recorden und die in die Öffentlichkeit zu stellen. Und was dann passiert, kann ich nicht beeinflussen. Alles, was ich beeinflussen kann, ist, weiterzumachen und besser zu werden in dem, was ich mache. Kritik, die konstruktiv ist, anzunehmen und das zu verbessern. Das, was in meiner Macht liegt am Ende des Tages. Alles andere nicht. Wenn jemand mich nicht mag, dann mag er mich nicht. Aber es ist mir egal. Weil am Ende des Tages muss ich mich selbst mögen und ich muss zu dem stehen, was ich mache. Und damit ich zu dem stehe, was ich mache, muss ich es oft machen. Damit ich merke, es ist was Gutes und es ist das, was ich machen will. Und es kommt auch entsprechend positives Feedback. Wenn ich etwas für Auslösende mache, wie diesen Podcast beispielsweise, und ich gebe mir nur schlechtes Feedback, dann muss ich erstens überdenken, ob ich die richtige Zielgruppe treffe oder ob der Content, den ich mache, wirklich gut ist. Aber auch da, durch diese Prozesse von Failure, durch dieses Erkennen von dem, was vielleicht nicht gut läuft, kann ich mich erst recht verbessern. Ich will mal Episode darüber machen, warum wir aus Erfolg nichts lernen. Aus Erfolg lernen wir gar nichts. Wir lernen aus den Dingen, die wir falsch machen. Wir lernen aus Setbacks. Wir lernen aus Failures. Weil genau da merken wir, dass gerade etwas nicht funktioniert hat und können uns dahingehend verbessern. Und genauso ist es auch mit der Confidence. Confidence entsteht nicht durch etwas, was einfach passiert. Confidence entsteht dadurch, dass man Macht und die Versprechen an sich selbst immer und immer und immer und immer wieder einhält. That's how Confidence is built. Confidence wird durch Aktionen gebildet. Wenn man sich über eine lange Zeit selbst beweist, dass man was kann, dass man besser wird, weil das sieht man, das kann man messen, so. Und wenn man das versteht, dann sieht man Confidence mit anderen Augen, meiner Meinung nach. Und das Ding ist, Selbstvertrauen, wie das Wort es ja schon sagt, entsteht durch das konstante, kleine Vertrauen in dich selbst und das, was du tust. Und das muss, wie gesagt, nichts Riesiges am Anfang sein. Das müssen einfach nur diese kleinen Dinge sein. Weil, wenn wir das mal reframen, wie sehr vertraust du einer Person, die sagt, ich komme on time, aber sich immer verspätet. Nicht so sehr. Wenn du also dein Versprechen immer wieder brichst, wie viel Vertrauen wirst du dann in dich selbst haben? Nicht so viel. Das heißt, damit du mehr Vertrauen in dich selbst hast, musst du diese kleinen Versprechen auch einhalten. Ansonsten wirst du nicht confidenter. Weil du beweist dir immer wieder, dass wenn du dir eigentlich Versprechen gemacht hast, dass du sie immer wieder brichst. Und das raubt dir Confidence. Und deswegen, der Faktor, der dazu führt, dass du mehr Selbstvertrauen gewinnst und dass du besser wirst darin, ist zu machen. Action builds confidence. Zu 100%. Zu 100%. Und wenn du diese Action investiert hast, rewarde dich auch. Jetzt nicht im Sinne von, du musst dir, keine Ahnung, immer Pizza gönnen, wenn du was gut gemacht hast. So meine ich es nicht. Aber klopf dir auch mal auf die Schulter. Wenn du vier Wochen lang nie den Snooze-Button benutzt hast, sondern immer aufgestanden bist, dann klopf dir auch mal auf die Schulter und sagst, hey, das habe ich gut gemacht. Jetzt machen wir weiter damit. Das bildet auch Confidence, weil das zeigt dir einmal mehr, ich mache was, ich nehme mir was vor, ich mache es, ich werde nicht aufhören damit und ihr macht es gut. That's what builds Confidence. Und das ist ja das, was den Leuten fehlt. Die Leute übernehmen ja keine Action beziehungsweise machen nicht. Und genau dieses Nicht-Machen ist das, was sie dann noch unsicherer macht. Egal wie viel du falsch machst, solange du machst und tryst und wieder aufstehst und durch Failure lernst, bildest du Confidence. Und ich glaube, das muss man verstehen. Ich glaube, das muss man verstehen. Okay? Gut. Warum habe ich okay gesagt? Anyway. Das ist schon so einprogrammiert. Naja. Ich überlege gerade, ob ich noch was anfügen möchte, aber ich glaube, ich habe schon relativ viel erzählt jetzt. Am Ende des Tages, denk dran, big things, are built by little things that add up over time. Große Dinge geschehen nicht einfach so. Große Dinge sind etwas, das auf ganz kleinen Actions immer und immer und immer und immer und immer wieder basiert. Consistency, consistent work an sich selbst, an dem, was man machen will, ist das, was zu Confidence und zu Erfolg führt. Punkt. That's it. Yes. Gut. Ich glaube, das war es für diese Episode. Ich hoffe, das hat euch so geholfen und ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen. Wenn dem so ist, bitte lasst gerne ein Rating da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir bis Ende des Jahres vielleicht 250 bis 300 Ratings hinbekommen. Fünf Stern. Bestenfalls. Das wäre Wahnsinn. und sharet das Ganze gerne in euren Storys, ja. Und habt noch einen wundervollen Tag. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Gebt Gas und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020